herzlich willkommen beim business one mind congress dein auftrag in der welt von marion perlet ich lade dich ganz herzlich dazu ein bei diesem congress dabei zu sein ich habe mit der marion ein wundervolles interview geführt über das thema mindset und mindset ist ja ein begriff der wird in der branche unglaublich oft verwendet und ich definiere ihn sehr 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 groß und erklär dir wie ich denke wie du durch arbeit an deinem mindset die inneren mauern niederreißen kannst damit du auch unternehmerisch in deine wahlgröße kommst dass da mehr möglich ist als du bisher für möglich gehalten hast sei also unbedingt dabei bei meinem interview und bei dem ganzen kongress von der marion